Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Nachdem wir in der letzten Folge wieder mal gestorben sind, mache ich jetzt hier weiter. Und... Oh, ich habe das Ding sogar getroffen. Habe jetzt auch endlich wieder alles gut im Blick und kann jetzt nicht mehr über irgendwas meckern. So. Und ich kann jetzt auch nicht für irgendwas drankommen, weil ich so scheiße bin oder irgendwie sowas. So. Na, was hast du dabei? Probe. Ein Eisenpfeil. Ja, damit. So. Und wir haben noch einen gesehen. Oh. Kritischer Schlag gegen Totenmagier. Ja. Das ist schlecht, denn ich bin scheiße gerade. Ich bräuchte eigentlich irgendwie sowas wie Magieresistenz oder sowas. Na, komm her. Endlich. Aua. Oh. Der war daneben. Nein! Wie so hat der Mensch noch getroffen. Ich bin so richtig heiß. Okay. Es geht weiter. Warte mal, ich brauchte die Alt-Taste, genau. Oder? Welche Taste brauchte ich zum langsam gehen? Ja, die Alt-Taste, genau. Sollte ich jetzt hier auch gebrauchen. Damit ich richtig leise bin, ja? Zieh schon mal. Und drück auf. Und dann... Hallo. So. Grobe. So, und jetzt würde ich sagen... Machen wir mal was Neues. Und zwar... Oh. Als erstes... Wir gehen auf Gesundheit. Und jetzt... Ähm... Schmiedekunst brauche ich gerade überhaupt nicht. Blocken auch nicht. Schießkunst. Was hast du denn für mir? 60% mehr Schaden. Puh. Ja. Was haben wir hier? Kritischen Schaden. Ja. Ähm... Ja. Kannst du heranzoomen. Ja. Ja. Was haben wir denn bei der leichten Rüstung? Leichte Rüstung ist doch auch nochmal nicht so schlecht. Äh... Ja, wenn du nun trägst... Rüstungsbonus. Ja. Nehmen wir mal das. Genau, da müsste ich ja jetzt... Richtig viel Defensive haben. Aua. Oh. Ja. Das war ja mal wieder genial. Und schon wieder bin ich hier. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist so einfach zu besiegen, ne? Und dann kommen die hier an. Und gegen die kann ich mal eben so gar nichts ausrüsten. Äh, ausrüsten. Ausrichten. Hier drüben. Tja. Mehr habt ihr nicht drauf? Oh. So. Grobe. Rolle der Harmonie. Gut. Eisenpfeil. Ich kann ja mal meinen Drachen-Schein noch einsetzen. Stimmt ja. Tja. Tja. Oh, wo ist... Oh. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. So. Einmal kurz Tränke trinken, ja? Und zwar, wir brauchen, ähm... Gesundheit. Hallo? Ups. Das war natürlich der falsche. So. Dann, äh... Ja, komm noch ein bisschen. So, dann brauchen wir, ähm... Nein. Wir brauchen irgendwie... Äh... Stärke, Zerstörung, nein. Feuerresistenz. Genau, wir brauchen... Magieresistenz. Oh, ich merke gerade... Das kann doch nicht sein, dass meine... Ich sag... Mein... Programm die ganze Zeit ausschlägt. Mein Aufnahmeprogramm... Ach, egal. Ähm... Wir brauchen... Regeneration, würde ich auch mal sagen, ne? Dann... Das Berserker ist beschwörend. Nein. Das Falschens. Nein. Nein, Ritter. Ein Waffen. Handschaden. Nein. Das Verteidiger ist... Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay. Dann... So, weg hier. Nein. Wieso trifft er mich auch? Wie kann ich gegen den kämpfen, ohne dass mir irgendwas passiert? Kann ich vielleicht erstmal mal eine neue Stufe einsetzen, ja? Als erstes mal Gesundheit, ja? Und... Schießkunst machen wir diesmal halt einfach. Halt... 60% mehr Schaden. So, dann... Speichern, damit ich das das nächste Mal nicht vergesse, ja? Zack. So, kann ich die Stimme des Kaisers einsetzen? Magie. Magie. Nein, Stimme des Kaisers. Kann ich einsetzen. Super. Dann, ähm... Ist mir scheißegal. Wisst ihr was? Dann speichere ich hier vorne einfach nochmal. Dann muss ich nicht alles komplett nochmal neu machen. Der Speicherprofi ist wieder am Werge. Am Werk. Am Werge. Und jetzt... Leise. Und... 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 Cool, die haben mich nicht gesehen. Es fehlt nur noch dieser Totenbeschwörer. Speichern. Wo ist der Scheiß-Totenbeschwörer? Holztier. Da ist er. Da sehe ich den Schatten. Oder? Es ist doch hier der Schatten gewesen. Nein, das war nicht der Schatten. Mist. Wo ist der denn dann? Hm. Das ist jetzt etwas weit vorgewagt, glaube ich. Aber der muss doch hier... Aber der muss doch hier... Irgendwo... Komm her. Sein. Sein. Da steht er schon. So, Zuglaufen. 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 Aua. Aua. Boah, verdammt noch mal. Wie kriegen wir den besiegt? Winziger Seelenstein, Seelenzaubertrank. Huh, Verzauberung verbessert. Schön. Noch ein Seelenstein. Geht dagegen. Dunkelste Dunkelheit. Brauchen wir nicht. Hm. Dann versuch mir einfach mal. Ich höre überhaupt nichts. Wieso höre ich jetzt überhaupt gar nichts mehr? Warte mal. Ah doch, es ist einfach nur leise gewesen. Gut. Oh. Wer hat der Buu gesagt? Tore durchsuchen. Gold. Gut. Gut. Jetzt gucke ich mal auf meine... Attribute. Da steht nichts. Gut. Jetzt müsste ich eigentlich mal kaiserliche Stimme ausrüsten. Probe der geringen Zerstörung. Ähm. Kaiserliche Stimme. Na. Da. Stimme des Kaisers ist drauf. Muss ich nur denken, dass ich die einsetze. Stimme des Kaisers ist drauf. Okay. Nein. Will ich nicht. Brauche ich auch nicht. So. Schneebeeren-Lavendel. Amulette der Könige. Sagt mir auch nichts. Boah. Was ist los hier? So. So. Speichern. Ich möchte das Ding jetzt mal schaffen. ganz langsam gehen. Damit ich schon mal eins der beiden Skelette da umhauen kann. Und sofort zurück. hallo. Ja. Versteck. Speichern. Ja. Wenn das Spiel einen die Möglichkeit dazu gibt, zu speichern, dann tue man es auch. Tut man es auch? Sagen, ich will es eher gesagt so. So, weg hier. Jetzt muss ich dem toten Beschwörer irgendwie einen richtig geilen Pfeil reindrücken. Dass er dann sofort umfällt damit. Beischern. Ja. So. Wenn es nötig ist, dann macht man das so. So. Ganz ruhig. Langsam. Schleichen. Und. Oh mein Gott. War das wenig. Oh scheiße. Na komm her, toten Magier. Hm? Aua. So. Tränke. Trank der kleinen Heilung. Trank der Heilung. Trank der kleinen Heilung. So. Aufstehen. So, nochmal. Hallo. Gib mir den Trank der kleinen Heilung. Und ich hätte dann gerne doch mal die Stimme des... in einen unerbittlich gemacht. Ja? Und zwar jetzt einmal. Und? Aua. Hätte mich trotzdem nicht gekochen. Was? Ah nein, der ist gar nicht weg. Ja! Ja. Ja, 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 ja. Speichern. So. Mal gucken, was der dabei hat. Die geringen Zerstörung. Ich hatte fast gar nichts dabei. Das ist jetzt total deprimierend. Weil hier war doch noch einer. Irgendwie. Einen winzigen Seelenstein. Nichts. Und Bügeleisen. Ja, nimmt man mal ein Bügeleisen mit. Ne? Eisenpfeile, Gold, Jagdboden bau ich jetzt nicht so unbedingt. Hey. Oh, ein Eisendolch bau ich jetzt auch nicht so unbedingt. Der hat ein bisschen Gold dabei. Ja, da ist auch eine schöne Truhe. Ring der Beschwörung. Stahlstiefel der Ausdauer. Ja, Pelzschild brauche ich jetzt auch nicht. Oh, da geht es ja sogar noch weiter. Äh, ja. Hallo. Speichern mal kurz. Und ich würde sagen, dann geht es auch in der nächsten Folge weiter hier an dieser Stelle. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss und haut rein.